hallo ist der martin von money monkeys dass die dachs der neue 25 25.03.2024 und unser dachser zieht hier weiter wie auf schienen einfach durch einfach weiter weiter immer weiter als gäbe es kein morgen mehr und gar keine fallenden kurse mehr du hast es nur keine einbahnstraße aber ein umkehrsignal haben wir noch immer nicht wir hatten am freitag darüber gesprochen dass wir eine chance hätten unten raus mal den ganzen ast verlängern nachdem er schon am donnerstag gesagt hätte er hätte gute karten sich aus dem oberen bereich immer wieder ein bisschen durchzustoßen aber um sich dann wahrscheinlich eher von unten auch wieder hoch zu drehen das hat er ja getan gehabt zum freitag haben gesagt er könnte durchaus auch noch eine zweite welle nach unten treten einer auch mit dem hintergrund dass er von dort aber auch wieder nach oben dreht aber das hat er ja gar nicht getan er hat sich nicht unter die 105 oder war kurz 59 aber hat einfach nicht nur 50 nach unten gedrückt bekommen sondern da bloß mal kurz drin rumgesteuert sich zügig wieder aufgedreht und dann hat man ja gesagt alles was dann über 190 geht das spricht schon eher dafür dass er dann die in die weiteren ziele reingeht 260 und noch mehr erreichen kann ist nun erst mal nur eine 260 geworden kann man jetzt sagen boah das ist aber schwach dass er gar nicht so viel was er geschafft hat aber es hat einfach auch weiterhin aufwärts trend gelaufen und von daher können wir eigentlich für den montag nur das immer wiederholen was wir schon die ganzen letzten wochen immer wieder sagen solange der aufwärts trend intakt ist bleibt erst mal auch intakt das heißt sobald wir signale in die obere richtung kriegen sollten wir hier definitiv noch weitere hochs mit einplanen so krank und irrsinnig dass für den einen oder anderen auch wirkt ich glaube ich habe schon vor vier wochen oder vor drei wochen euch da mal die tipps gegeben hier im zweifel einfach die charts die 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 kurse rechts auszublenden bei trading few geht es ja relativ einfach kann man sich das hier einfach von kursskala auf prozent umstellen und dann einfach so den markt noch nutzen und traden aber mit dem markt zu traden hat mit der bewegung zu traden und wenn wir sehen er verweigert unten er drückt wieder hoch dann muss man im off-wärts trend long handeln halten das kann man sich nicht gravierend aussuchen und das tun die meisten nicht die meisten handeln hier eben penetrant short dagegen und nehmen jetzt eher noch die stop loss raus und lassen laufen weil sie es einfach zu irrsinnig finden wie er steigt aber das ist halt dann ein bisschen naja es ist halt zocken muss man schon so sagen halt ne es ist auf jeden fall kein trading wenn ich sage ich widersetze mich all dem was ich sehe und geht es nur noch danach was ich glaube dass das hat nichts mit trading zu tun net trading heißt ich beobachte neutral den markt bin jeden tag offen für aufwärts abwärts und richte mich nach den nach dem was kommt da handelt den markt nehme handelt das was ich sehe und solange ich noch keine umkehrsignale sehe kann ich auch noch keinen traden und das ist schwierig für viele ich weiß dass aber das ist der punkt der eben den unterschied macht das ist der punkt bin ich einer der wie alle anderen einfach instinktiv das macht was er glaubt instinktiv das macht was er selber für richtig hält weil er sich verleiten lässt emotional verleiten lässt oder ich sag mal vom markt antriggern lässt dann handelt man so wie alle anderen handeln guckt man sich an wie alle anderen unter dem strich handeln sieht man und das ist ja offiziell dass gut 80 85 prozent all derer die handeln und am markt aktiv sind verlieren das ist statistisch erwiesen da gibt es zahlen von finanzämtern und von anderen behörden die das belegen auch von den cfd programm die ja dazu verpflichtet sind das offenkundig zu machen ich glaube bei den optionsscheinen ist es noch schlechter als bei den cfds auch wenn diejenigen nicht dazu verpflichtet sind das aufzuzeigen aber man muss sich das immer vor augen machen was machen alle anderen ja und wie verhalte ich mich selber möchte ich nicht zu diesen 80 85 prozent gehören die verlieren muss ich eben auch anders handeln als die anderen und die anderen handeln alle instinktiv die anderen sitzen alle da und sagt das ist viel zu weit gestiegen das ist ja unnormal muss ja wieder fallen irgendwann fällt da wieder ich lass das jetzt hier laufen nee und so weiter und so fort und dann freuen sie sich wenn doch mal irgendwie ein paar punkte nach unten kommen sitzen aber manchmal schon 1000 punkte minus und verdienen letztendlich dann auch gar nicht wirklich geld daran wenn er denn mal fällt ja weil sie dann gerade mal nur wieder etwas vom minus abgetragen werden und dann dreht er vielleicht schon wieder auf und macht neue hochs oben raus wenn ich nicht instinktiv handel wenn ich nicht nur handel was ich glaube sondern das was ich sehe dann holt man sich hier stück für stück eben noch ein paar long punkte mit aus dem markt solange er eben noch immer wieder höhere hochs und höhere tiefs bildet das ist ja nicht unendlich so das kann auch jede woche kippen aber solange es eben noch nicht gibt muss ich eben auch riskieren dass ich allerletzte drittel bin der oben im hoch noch lang geht das muss ich riskieren ja weil nur so gelingt es mir dass wenn ich hier riskiere ist der letzte tüdel bin der der hier noch lang geht dass ich eben oben raus die punkte noch kriege ja und da kann ich nach links runter kann ich die ganze strecke lang geht egal wo an welcher stelle man irgendwo in den hochs noch drin herum gearbeitet hat ja klar fühlt sich immer an na jetzt gibt der markt nach wenn ich jetzt lang gehe kippt der markt aber er steigt halt er steigt er steigt er steigt er steigt und na klar wenn ich lang handle ist es nicht so im aufwärts trend dass 100 prozent aller trades immer klappen und dann sitzen viele da die probieren dann einen long mal weil sie sagen ja dann tritt steigt man im aufwärts trend long dann klappt er nicht und sagen sie ist ja auch wieder scheiße und dann halten sie wieder short weiter ja aber unterm strich bin ich in so einer bewegung wenn wenn der markt aktiv eben noch im aufwärts trend ist immer wieder longhandel ist es halt so dass wir vielleicht dreimal ausstoppen und die gehen dann aber auch in take profit handel ich hier short laufen da auch ein paar von an aber es ist eher so dass da drei von anlaufen und sieben dann nicht klappen das heißt unumstrich mache ich minus und das ist eigentlich alles was ich hier jetzt zu erzählen habe mit dem trend handeln oder dagegen nichtsdestotrotz sollten wir uns darauf vorbereiten wo umkehrsignale kommen können und da würde ich auch hier zum montag ein unterbieten von 1 50 und 1 90 ansätzen also ein aufsetzen am montag auf die 1 90 von oben 200 1 90 von oben wäre erstmal unkritisch er setzt ja darauf könnte sich easy wieder nach oben drehen neue hochs liefern und dann ab in die 3 36 ab in die 4 20 gehen das wären erreichbare ziele auf der oberseite sollte sich aber unter 190 schieben wäre das ein erstes warnsignal dass wir auch unter die 150 gehen das heißt dort sollte man dann die long motivation erstmal ein bisschen zurückstellen weil der aufwärts trend ja definitiv gerade nicht in seine richtung weiterarbeitet ja das muss man ja immer klar dazu sagen meistens wenn ich so lange vortrag halte kommt die erste rote kerze und alle gehen dann plötzlich lang so ist es natürlich nicht gemeint sondern wenn wir sehen er rutscht runter geht zum beispiel auf 190 und drückt sich mal schön grünen stundenkerzen wieder nach oben dann wäre das so eine situation wo man dann einfach sagen könnte okay probiere ich noch mal noch probiere ich noch mal ein weiteres hoch oder auch wenn ein weiteres hochkommt dass man dann probiert nochmal in die nächsten punkte rein zu handeln sollte der nach unten nach aufgeben 190 drunter gehen wäre dann 150 noch mal so ein interessanter punkt hier 150 140 vielleicht sogar eher und sollte uns auch die 140 unterbieten wird es dann langsam interessant weil dann laufen wir hier auf den nächsten support bei 1840 bis 1789 auf und das wäre dann eigentlich so eine schöne rücklaufzone die noch mal angelaufen werden kann und das würde sich ankündigen wenn uns die 190 nach unten bricht und dann auch die 140 bricht dann werden wir hier in dem bereich um 1840 bis 1789 noch mal einsetzen wahrscheinlich auch erst mal um von dort dann wieder nach oben zu drehen aber dann hätte man zumindest hier mal ein paar punkte auf der abwärtsseite gesehen kriegen wir stattdessen neue hochs kennt ihr das spiel jetzt hier oben einfach weiter die nächsten ziele sind ja auch klar ja wir haben auf der ebene dann hier die 190 jetzt nicht noch nachträglich reingezogen wird durch einen umkippen am montag können dass ich dann hier auch straight einfach zur 420 weiter durchschieben auf tagsebene das muss ganz klar gesagt werden denn der trend ist aufwärts seid bin ich böse wenn ich sowas ehrlich anspreche aber es ist halt einfach tatsache und es ist halt einfach realität und das ist das was den meisten am schwersten fällt mit dem trend zu handeln ja und deswegen gebe ich mir da auch mühe und erwähne das immer wieder ich weiß viele wollen es dann einfach nicht hören und sind dann auch böse auf mich aber es ist halt irgendeiner muss muss es mal sagen und in der schule lernt man sowas nicht ja es hätte mich auch gefreut wenn ich massenhaft verlieren hätte müssen die ersten jahre man lernt sowas halt einfach nicht vorher erzählen ein auch in selten fällen die eltern schon dann kann man sich glaube ich sehr glücklich schätzen wenn man dahingehend jemand hat der die erfahrung schon gemacht hat und an die kinder weiter gibt denn ihr dürft auch nicht vergessen 80 85 prozent der leute verlieren oder das heißt die meisten haben dann auch negative erfahrungen ja und diese mitgeben können aber nicht die die guten und dann lassen sie es meistens und erzählen gar nichts zu weil sie sich selber verstehen was sie da verbockt haben ja punkt ende aus klappe zu affe tot natürlich nicht auf money monkeys bezogen ich wünsche euch was viel erfolg am montag macht's gut